...an Cabeza de Vaca ausrichten wird. Sonntag, 19. September, Tagburg. Das letzte Beben mit Dambi AG 3,8 und 11.16 Uhr wurde von ganz vielen Personen auf Amtage gestern. Es ereignete sich im Gebiet von Cabeza de Vaca, 2018 der Montaña Aracala, praktisch an der Oberfläche. Wahrscheinlich ein Spannungsausgleich, der sich durch das Anheben an der großen Fläche am KD plus 12 cm gebildet hat. Denn ein Premo ist nach wie vor nicht registriert worden. Bei mir hat sogar der Spiegel im Bad gewartet. Im Gebiet des Bedens hat es einige kleine Steinschlage gegeben. Der von vielen festgestellte Rauch war aufsteigend gewehrt. Drei Ereignisse haben mich zum Glück daran gelindert, wie jeden Tag so auch an diesem schönen Sonntag mit meinem Hund im Gebiet von Cabeza de Vaca wandern zu können. Das erste war eine Information eines Freundes, wonach man den Inselpräsidenten am frühen Morgen in hohem Tempo nach Santa Cruz fahren soll. Das zweite die Information einer sehr verlässlichen Quelle, wonach die Handel auf orange gehen soll. Das zweite die Information ist bisher, das zweite was eine Zuschauer, um ein Weiner an Libere zu ver Pengen vom KD.